trotzdem gehe ich ja weg und das ist ja das was ich meinte wo als wir gegen mit mehr ist schon 3x argumentiert haben also mit dem typen der dich nicht mag und den du nicht magst wohl angeschrieben gehaltschicks metwurst aber was witziges im steam warum kriegt man in äthiopien ein 3 sat da kriegt man nicht mal zwei satte das ist das schlechte oh ist das ein makaber humor ich find den mies ich glaube er meinte im stream oder? aber er hat steam geschrieben egal ich find den witz gut ich find euch ein smiley bekommen das ist lieb ich find euch ein smiley bekommen das ist lieb ähm ich hätt mich nicht mehr so viel wie du aber 1,8 millionen ja ich auch cheater alter alter scheater alter äh ich hätte gern noch mehr tarasche items für den set bonus äh der 3er set bonus ist schon richtig fett ja das würde mich schon ziemlich mach mal ein dummes gesicht nee das kann ich nicht äh sowas mache ich nicht ich hab ein dummes gesicht vielleicht reicht dir das Frau Phil hat aber auch ordentlich levels gekriegt ne dem war es noch aus dem Phil alter ne nicht mehr dann war ich 28 ja der konnte ja auch mit uns tommen 3 spielen ne was ist da los ich hab ein dummes gesicht ich mach kein dummes gesicht mann ach ja ich hab du röchst ich find das gut sollten wir es noch ein level up noch ein level up noch ein level up das ist ein level up oh da ist er YOLO Wir beschissen uns von 1 ist eigentlich Act 3 oder weil das ist der der am meisten lutscht Level up Der kann alle Kies droppen I need to go back, kommst du mit? Komm, abhauen I go, I go to the pad Abhaut Raus hier Diese Ruhe Du hast von einem ja 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 Gut Ich würde sagen, dass er Aber schuld ist noch weiter Interessant, wäre das vor ein paar Stunden gedroppt hätte ich es vielleicht gut gefunden Dann vielleicht Dann werden wir jetzt wohl aufhören Also ich werde nicht aufhören, aber ich werde aufhören zu streamen zumindest Aber es war ein erfolgreicher Tag Für mich zumindest Ja So Ähm Ja, wenn ich den Stream erstmal Ich glaube das ist so ein 8 Stunden, 9 Stunden Stream oder so Der ging ewig lang Und dann mache ich mir noch Abendbrot Hat echt Spaß gemacht Ey, das, das Ich muss sagen Ich fand es wirklich schade Dass wir relativ wenig Zuschauer hatten Weil Ich glaube mehr Entertainment kannst du kaum haben Alter, wenn du Diablo 3 zuguckst Und Also was wir heute an Witzen gerissen haben Und Wie so hoch als du kamst Das war ja noch das Highlight danach Also Davor war ja auch schon Action Ey, das war echt gut Das war echt absolut witzig Deswegen schade Aber na gut Beim nächsten Mal vielleicht Weil es Morgenabend fühle mich auch nochmal Diablo So Hau da rein Bis dann Ich lege schon mal auf Hau ha